Du bist es, der sich durch solch lasterhaftes Laien von sehr, sehr viel Geld in den Ruin stürzen wird? Marianne, die war so begeistert, als ich ihr von all ihren Fortschrügen erzählte. Du machst mich so glücklich, wenn du mir das sagst, Kätzchen. Gott, wie abstoßend er doch ist. Was sagt das Kätzchen? Wir anziehen Sie doch sind. Marianne, ich weiß, er liebt Sie, er begehrt Sie, aber noch viel mehr liebt dieser Habakon das Geld. Kosten, Kosten, Kosten. Es ist das einzige Wort, was in meiner Familie gesprochen hat. Ein anderer behauptet einfach mal so, ihr würdet immer genau zur Weihnachtszeit schreit mit euren Familienangehörigen anfangen, um so einen Grund zu haben, die ihr nicht schenken zu müssen. Ein hartes Wunsch zu überschlingen, vor den allen engen Lungslumpen zu leben, ob bei mir hier was zu stöken. Jetzt nimm doch eigentlich diesen Scheiß bellen. Ich hab's noch. Was ist denn hier für eine Ansammlung von beschissenen Leuten? Wo ist denn hier für eine Ansammlung von sch裡?